Gellerts Victoria von Dark Lady Marissa 15. November 1943 Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren, brecht. Flüsche fliegen um uns herum, ein Schmerzensschrei hier, ein Flehen um Gnade dort. Doch wir sind gnadenlos. Der Marcuse wird fallen, das ist unausweichlich. Heute ist unsere Stunde gekommen, wir werden gewinnen für das größere Wohl. Ich kämpfe professionell, schließlich bin ich Gellerts rechte Hand. Seine loyalstige Volksfrau, seine Partnerin. Ich bin möglichst darauf bedacht, abzuschrecken, ohne unnötig magisches Blut zu vergießen. Unsere Gegner haben keine Chance gegen uns, den Akolyten und gegen unseren Führer Gellert Grindelwald höchstpersönlich. Das hier ist das Ende der Unterdrückung und der Beginn eines neuen Zeitalters. Wir werden den Spieß umdrehen. Wir Hexen und Zauberer werden nun endlich unseren rechtmäßigen Platz in der Welt bekommen, während die minderwertigen Muckel beherrscht werden. So hätte es schon immer sein müssen. Victoria hinter dir, ruft Gellert mir zu, während er sich mit mehreren Auroren gleichzeitig duelliert, die ich aus meiner eigenen Zeit im Ministerium als sehr talentiert im Gedächtnis habe. Ich wirble herum in Werder auf den dunklen Lichtblitz aufmerksam, der sich mit rasender Geschwindigkeit auf mich zubewegt. Gellert hatte mich vor ihm gewarnt, vor dem dunkelroten Fluch. Ich erkenne die Gefahr, die von ihm ausgeht. Ich werde ihn nicht rechtzeitig abblocken können. Stattdessen ducke ich mich aus dem Weg, während ich einen grünen Avakeda war, meinen neuen Gegnern entgegenschleudere. Doch bevor ich sehen kann, ob mein Fluch getroffen hat, wird mich schwarz vor Augen. Das Letzte, was ich spüre, ist eine dickflüssige Mischung, die mir die Kehle hinunterläuft. Jemand verabreicht mir eine Substanz. Ich schmecke Blut. Rein und doch sündhaft. Das Blut eines Einhorns. Doch da ist noch etwas anderes. Es schmeckt nach Tod.